Moin Moin, Herzlich Willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir im Kittel und ja gestern Abend habe ich noch ein wenig VK 3001 D gespielt und ja so langsam setzt sich bei mir wirklich der Verdacht fest, dass der Panzer wirklich ganz schick sein könnte, war ja nicht alles ganz nett, so hier seht ihr auch schön noch ein wenig Erfahrung da, Erforschung, nicht Erforschung, auch nicht Erfahrung, sondern Forschung, das haben wir gesammelt und ja, macht echt Spaß hier zu fahren, deswegen werden wir genau das jetzt auch noch mal tun, während ich euch noch was anderes erzähle, kann das Ganze mal kurz laden und zwar morgen ist ja wieder mal Mittwoch, das heißt Mittwoch Medaillenjagd und da ist diesmal Wachposten bei, das heißt ihr müsst sechs Fahrzeuge scouten, besichten, die dadurch ja Schaden von euren Teammitgliedern bekommen, dann bekommt ihr ja großzügige 2000 EP, das ist ja doch was, 2000 Forschung mehr, da kann man schon mal einiges anfangen. So, konzentrieren wir uns jetzt aber aufs Gefecht, wir sind auf Murowanka, hab ich doch richtig gesehen, ja, hab ich richtig gesehen, schauen wir uns mal um, ja, das kommt auch hin und deswegen fahren wir mal, denke ich, da links lang. Nochmal schnell Browser zu machen, der braucht ja nicht im Hintergrund nur nicht laufen. Dann schauen wir mal, was wir hier so hinbekommen, mit diesem schönen Panzer. Ah, erstmal einen Schluck trinken, hier ist schon so wieder so warm in meinem Zimmer, brennt dir das Hirn aus, ey, wie schlimm ist das? Oh lol, haha, der war ja schon tot, bevor unser Schuss überhaupt ankam. Äh, besser so als, äh, wenn die Gegner uns wegsnacken, ja? Bleiben wir nochmal einen Moment stehen und gucken mal. Wow, sonst noch Probleme, die da nicht mehr abprallen können. Alter, ne, das wird ja ja viel zu fett, ey. Da muss ich mich mal wieder ein bisschen zurückziehen, in meinem krampfigen Medi. Wir sehen mal zu, dass wir den hier anreinwirken. Jo, und abgefackelt, so gefällt mir doch das. Gleichen Kill, schön Damage. Bäm, und dann drücken wir den Tiger jetzt noch ein wenig. Lol, alter, wer drückt mir denn von da? Oh Mann, ey! Wie ich's mir gedacht hab, ey. Boah, dieser hässige PZ-4 da. Jäger. Wetten. Am Arsch! Alter, die haben uns hier voll down. Puh. Dass sie nicht hier an unserer, hier an unserer geilen Schräge vom Panzerung abprallen können, ey. Am Arsch. Wetten, die kommen gleich von hinten. Oh, wir sind hier so down. Ja, ach, komm schon. Das ist doch totaler Bullshit. Wir hätten hier voll was hinbekommen können, wenn, wenn hier alle hier tot wären, ey. Oh. Naja. Wenn wir hier jetzt auch nicht noch länger zugucken. Da greifen wir uns mal in der Zeit was anderes. Haben wir denn hier noch so Typ 59? Weiß ich nicht. IS-8. Ich finde wir Farben mal wie in der Runde IS-8. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Wenn er denn ein Match für uns findet. Na? Ah ja. Sehr schön. Bergpass. Level 9er-Gefecht. So gefällt mir das doch. Leider ein paar viele 9er. Über die Hälfte 9er hier. Wäre natürlich schöner, wenn wir irgendwie nur noch so 2 9er wären. Und man dann schön den 8er drücken könnte. Aber naja. Komm, diese komischen IS-8er bei den Gegnern. Die E-75 machen wir alle platt. Alles no problemo. Gut, schauen wir mal. Ich denke, wir fahren da links am besten lang. Boah, T69, ey. Ich hasse diesen Panzer-Scheiß-Autoloader. Der ist sowas von kacken OP für sein Level. Und trotzdem ist er gut, ey. Was ist denn das für Mongo? Na gut, ist er nicht. Boah. Autoloader sind also ist ja eine Scheiße. So, aber ich fahre da jetzt nicht durch. Dann kriegen wir erst mal von mir das 8er einen reingewirkt. Darauf habe ich keinen Bock, ey. So. T44 sieht auch ein, dass das hier uncool ist. Lol, da kommt ein WZ am Marsch. Der hat mich jetzt sehr schön gescoutet. Das ist natürlich uncool. Los, komm her. Du willst es doch. Ach, Mennu, da würden die dem Schollen rein. Kommt der ja gar nicht zu mir. wieder. Sieht der mich immer noch? Ich weiß es gar nicht. Kann der mich überhaupt noch sehen? Ja, los. BAM IN YOUR FACE! Alter, am Arsch. Scheiß WZ, ey. Ich geb dir Fett auf die Fresse. Boah. Alter. Behinderte Medi, ey. Ich komm hervor und schieß dir die Kette weg. Wat ey, Mann. Für ne Scheiße. Scheiße. Wat für ne mongeloide Scheiße, ey. Alter. Boah. Das ist natürlich auch wieder nur ein Turm. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Es ist voll useless hier, sich mit dem WZ zu betteln. Wir müssen mal sehen, dass wir da hinten auch mit hinkommen. Wir können ja erst viel mehr gebrauchen, so. Scheiß Telefon hat mir die Fresse. Sehr schön. Geht auch. Telefon ist jetzt grad das, äh... Füßletzte, was ich gebrauchen kann. Gut, hier. Lass mich mal bitte unbeschädigt da hinkommen. Am Arsch. Die werden mir so wegdrücken. Leute, ich stehe denn da. Welch ein krasser Bullshit. Oh mein Gott, ey. Dieses Gefecht ist schon wieder so scheiße. Alter, kann doch mal aufhören zu wackeln. Ich dreh gleich durch. So, jetzt gibst du auf die Fresse, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, der Tiger 2 hat den WZ im Griff. Ihr wart. Traut euch doch. Hä? Kommt doch raus. Oh. Loll, die GS8 geht da unten rum. LOL! Nee. Nix da, ey. Am Arsch. Hier durchfahren. Nix hier durchfahren. Alter, der hat doch den Tiger 2 echt plack gemacht. Not good. Ist fett der da rum? Okay. Nicht gut. Nicht gut. Wir sind mal Arsch hier. Wir sind fett am Arsch hier. Wir sind ja mal so richtig fett am Arsch hier. Boah, was war denn das hier schon wieder für ne Scheiße. Guck mal, das war doch echt wie ein richtiges Scheißgefecht. Einfach nur. Heute ist ein schlechter Tag, ey. Toll. Boah, hier haben wir auch Niederlage. Warum kann es nicht einfach mal funktionieren, ey? Naja. Vielleicht wird es morgen ja wieder besser. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Wenn es wir heißen, die Panzer und Attacke.